Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein New Order. So, wir hatten in der letzten Folge ein paar Startschwierigkeiten mit unserem BJ Blazkowicz. Ich habe mich da aber auch ein bisschen selten dämlich angestellt. So, ich würde sagen, wir... Wir nehmen die coole Variante, wir fahren sicher runter. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen. Es wurde ein besuchter Verbrecher gesichtet. Die Ausgangssperre ist auch sofort in Kraft. Da das ein London, kehren sie in ihre Häuser zurück. Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt gegen den kämpfen. Sie legen sie in ihre Waffen nieder. Den Urist, der Hüter von London, fordert es den Aufwand, für sich zu ergeben. Okay, und wie besiege ich dich? Zeig mir mal deine Schwachpunkte. Ich besiege das Auge von London. Oh, Alter, was ist das denn für eine Waffe? Und tschüssi. Verstecken Sie sich vor ihm, Cowboy! Hä, wo ist er denn? Sie können sich nicht ewig entziehen. Oh, Alter, was ist jetzt los? Benutzen Sie die Tunnel wie eine Hatte! Die Tunnel benutzen Sie. Oh, das war gut. Und da lassen Sie unverzüglich die Beschädigung von Staatseigenturen. Alter! Sie verursachte Schaden errichtet die Schmerige Zauberrechens. Ihr müsst erscheinen worden zur Kenntnis genommen. Sie beschädigen Staatseigenturen. Nein. Upsi. Alter, 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 alter Geleg. Wer hat ja gesagt, ich soll die Tunnel benutzen, gell? ich bin ja eigentlich ziemlich sicher das ist gut jetzt hat man herausgefunden wie das funktioniert mit dem Viech geh auf jetzt bin ich getroffen worden jetzt bin ich getroffen worden so und wieder raus und gucken wo ist er das machen wir ganz gut das ist eigentlich jetzt relativ einfach weil du musst immer nur gucken Auge kaputt machen und jetzt hier diese kann ich da noch weitermachen oder liest er direkt über uns das Bein ist im Weg ich glaube muss ich meinen Stellungswechsel durchführen warte 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 zack zack und rein da und rein da und tschüssi oh gut du gut du gut du gut das muss ich jetzt noch kaputt machen den hammer zack zack bist du bist du hallo jawohl direkt unten drunter muss ich oh 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 man oh man Halt, warte, warte, so war ich nicht gewillt. Kurz aufladen. Ich glaube, das ist eine gute Stellung hier. Da ist das Auge. Lauf, 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 lauf. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ja, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Captain Blass. Blassbecks. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Will-Hell. William. In Amerika nennt man mich Death Head. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. To-ten-Kopf. Captain, bei uns hier sieht es übel aus. Überraschungsangriff. Konnten Sie nicht abwehren? Alle sind weg. Ich habe das tragbare Funkgerät. Sie sind hier drin. Jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Die Tübel auskennen. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Toten-Kopf-Leute sind überall. Ihre alte Freundin Frau Engel befähigt den Angriff. Toten-Kopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauber-Hangar. Sind Sie hier fest? Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Habt die anderen verloren. Sind entweder tot oder verstecken sich. Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Es tut mir leid, Lass. Ich wünschte, du hättest Mesquite am Abend dort sehen können. Was würde ich dir zeigen? Max! Hörsch! Max! Hörsch! Max! Du kannst du gar nicht töten, oder was? Doch! Auf geht's, Max! Komm! Was ist nur los? Drohnen! Ah, ich hasse euch, ich hab das schon gesagt. Tschüss! Max, wir müssen los. Alga! Jetzt ist es aber gut hier. Max, wir müssen los. Wo müssen wir denn hin? Ach, Alter, da müssen wir hin. Und rein da. Oh, Mann, die Gesundheit! Frau Engel, Modell freigeschalten. Herr, sind Sie das? Schießen die Älter auf Sie? Ich muss Ihnen was sagen. Frau Engel, sie hat Anja mitgenommen. Und Zed und Bombarte. Sie werden alle zur Totenkopfbasis gebracht. Caroline, können Sie nicht mit dem Herrn aufhören? Ich will das verdammte Ding zu mir aufbringen. Dann versuchen Sie es leise, okay? Also, Captain, wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar. Wenn Sie sich beeilen, können wir ihn uns schnappen und unsere Leute befreien. Kommen Sie schnell! Vier Meter ist ein Kommandant entfernt. Drei Meter. Scheiße, ich wollte ein Schalldämpfer dran haben. Zufix. Hallo? Scheiße, die haben wir doch gerade erst gerettet. Die können hier schon wieder tot sein. Beschlossen. Das ist nichts mehr. Scheiße, diese Frau Engel, die ist schon richtig krass drauf. Die hat einen richtigen Hass auf uns. Ich glaube, ich muss hoch, ne? Los, komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh nein, 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 warte, 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 warte. Das ist hier, da ist der Affe. Alter, da ist er, 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 da ist er. Alter, das ist doch nicht wahr, das... Was? Oh. Ich reg mich nicht auf. Diese Bastard, mit diesem Scheiß Schrotflinten, mit diesem verdammten Panzer anziehen und belötsen und... Das ist hier, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. So, volle Konzentration wieder mal. Du hängst im halben... Du hängst nur so halb da. So, Granate, Granate, Granate. Nur 20 Schuss. Das ist bitter. So, jetzt gehen wir da hoch und treten den ein bisschen in den Arsch. Ihr kleinen Racker. Stirbt schon. Wie mit ihren blöden Spickern da immer. Weißt du, was ich meine? Diese Querschläger. Boah, ich hätte acht von denen gehabt. Von den, äh, Granat. Oh, oh, oh. Boah, stimmt. Alter, ist das eng. Gut. Es ist doch nicht wahr. Habt ihr manchmal auch so Probleme an den Stellen gehabt? Oder seid ihr da einfach so durchgerusht? So. So. So, nochmal alles in Ruhe aufsammeln. Jetzt hole ich mir gleich nochmal. Dann sind da zwei von diesen Assis, ne? Wohl, wir haben doch hier diese Laserkanone. Die müsste doch eigentlich super gegen diese, gegen diese Grattler sein. Juppju. Motherfuckers. Der muss doch jetzt mal treffen. Verrecke, verrecke, verrecke. Ja, wir haben's. Ja, Gott sei Dank, wir haben's. Blöder Sack, du blöder. Guck dir das an hier. Der Soundtrack ist trotzdem immer noch gut. Mir gefällt der. Richtig stark. Die haben sich beim Hubschrauberhanger eingesperrt, ne? Aber ich folg mir. Halt, warte, warte, warte. Alter. Wo stehst du denn? Ist das ein Arsch. Nach der Gewohnheit. Die Messer sind weg. Sind alle Messer weg. Okay. Genau, hier wollt mal hin. Oder wollte ich hin? Pst, was? Oh, Alter. Ich dachte mir gerade, wer, wer japsen lässt rum. Mann, bin echt richtig froh, sie wiederzusehen. Blonder Patrioten, Marine, Mann. Sie sind echt der einzige Gitarrenspieler, den ich kenne, Mann. Ich muss weiter. Wyatt und Caroline finden. Wollen sie nicht mitkommen? Ich fühl mich hier wohl. Sie mich in die Enge getrieben. Danke fürs Angebot, aber ich bin schon mein ganzes Leben auf der Flucht. Ich habe die Stille echt satt. Schon klar, wenn ich tot bin, ist es bis zum Ende der Zeit still. Aber dieser Moment, genau jetzt, wird dafür mächtig laut. Wohl gut. Oh, scheiße. Was glaubst du, wohin du gehst, Schweinehund? Oh, falsche Tastik, wieder mal geht. Komm, ziffen. Die müssen das doch merken, dass die platzen, oder nicht? So. Hey, Captain. Es könnte sein, dass einer der Abwassertunnel zum Hangar führt. Ihr habt ziemlich sicher. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Oh, wie unfair. Zwei Stück auch noch. Hm? Hm. 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 Dafür ist der Stealth-Kill so geil. Wie viel brauchen die denn? Oh, das war der zweite, oder? Nicht der erste. Das ist aber unfair, Alter. Hau ab. Jetzt ist so einer auch noch mit dabei. Alter, ist nicht wahr, komm. Wie will man das denn schaffen? Zwei von den Fetten und da kommt noch diese blöde mit dem Schrotflintentypen. Die habe ich ja gefressen, ne? Reg mich nicht auf. Ja. Ja. So, und wo ist jetzt diese Blödmann mit dem... Na, sag's mir schnell. Vielleicht darf ich nicht die ganze Zeit hier hinten bleiben. Na. Der andere hat nichts weggekriegt. So, das war schon mal besser. Das war viel, viel besser. Der Grattler mit der Schrotflinten ist nicht auftaucht. Okay, wo ist er? Der taucht bestimmt noch auf. Da ist er, da ist er. Das habe ich doch gewusst. Scheiße. Ist er hier lieber? Nein, da oben steht noch einer. Kann es sein, dass ich zu nah an den Geländern immer dran bin, weil die Maus immer so zuckt? Willkommen. Tschü, tü. Ach, da. Wo taucht er auf? Wo taucht er auf? Willkommen, du Grattler. Ist er hier hinüber? Oh, jeder, der aus dem Dunkeln agieren kann. Ich habe es doch gewusst, der Schlechte, oder? So, jetzt gehen wir weiter. Ein bisschen. Hier das ganze Kleideradatschzeug aufsammeln. Guckt euch die Visagen von den Viechern an, Alter. Sag jetzt nicht, ich kann die Waffe nicht mitnehmen. Weil... Ach komm, das ist doch schon wieder unfair. Das ist doch schon wieder... Ja, ich muss sie hier lassen, weil ich da hoch muss, gell? Ja. So. Auf und ab, auf und nieder. Immer wieder. Ja. Mir liegt noch ein Päckchen. Nee, oder? Puh. Ich will kommen zurück in Berlin. Wer ist denn? Ich will kommen zurück in Berlin. Wer ist denn? Wer ist denn? Ach, dass unser Hubschrauber nicht geklaut wird. Vielleicht können Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Wyatt auf. Bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteilen. Komm. Äh, gib mir den Anzug. Warte, 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 warte. Oh Alter. Wo sind denn da die Angreifer? Nachladen. Häh, alter! Komm! Hä, wo ist er? Alter, hau ab. Alter, wo kommt denn der Köter her? Oh, vom Regen in die Traufe, aber permanent. Ihr müsst es meines aber noch schaffen, Ziffix. Ich fluch hier gerade. Das tut mir richtig leid. Aber ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt. Die Momente, wo man den Controller in den... ...in den Fernseher schmeißen möchte. Ne, damit komme ich nicht recht zurecht. Nein, steht da. Habe ich die Munition wiederbekommen? Geht weg. Wie kann ich den denn besiegen? Oh, oh. Fuck. Alter. Gefäng. Geht kaputt. Alter, ich könnte ausrasten. Was ist denn das für eine Scheiße? Warte mal, wir laden hier erstmal alles auf. Geht kaputt. So. jetzt erstmal getrost nachladen die zeit haben wir die zeit haben wir um nachzuladen wie kann ich dieses vieh nur besiegen die Was ist das? So komm her hier. Lauf, 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 Lauf. Ah, endlich. Dieses schöne Tier. Dieses wunderprächtige. Ja, ich komme. Und hier machen wir Folgenende. Wir haben endlich den Köter besiegt und es wird immer schwieriger. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Wolfenstein. Ciao, macht es gut.